Ich bleib erst mal hin. Hier drauf. Okay. Oh. Wow. Wollt ihn weg. Nein. Nicht im Tor. Nicht im Toruhr. Oh, hier. Oh nein. Der kommt richtig kracke. Ich hab versucht ihn aufzuhalten, aber ich hab's nicht geschafft. Er hat so komische Fakten an der Wand gemacht. Alter. Alter. Genau. Ich hab versucht ihn noch abzuhalten. Genau vor den Reifen, ey. Ja, müssen wir was trainieren. Alter, was ein Freak, ey. Hab ich. Geht schon mal in die richtige Richtung jetzt. Er ist daneben gesprungen. Nein, aber ich hab's auch. Ah, ja. Nein, 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 nein. Ah, ja. Ja. Alter, Vater, ey. Ich hab ihn vor's Tor gelenkt. Guck mal. Das ist kacke. Wenn du so nah am Ball bist, kriegst du keinen Schwung in das Ding. Nein. Oh, krass, ey. Geh drauf. Jo. Du warst hinten. War ich hinten? Ja. Hab ich so nicht wahrgenommen. Mach lieber was. Ich hab's weggeheizt. Nein. Hey. Ich fuhren wir noch mal schnell Togo. Ich hab ihn daneben gewusstet. Das ist daneben zu wussten. Ah, er war zu früher im Ball. Hey, Mann. Schon wieder der. Hat es. Was? Mann, wer hat den abgesagt? Bring ihn vor. Nein. Was machst du? Ich muss mich erstmal wieder die Steuerung grad gewöhnen. Nein. Ah. Da ist er, der geht bei uns drauf. Nee, nee. Ah. Shit. Nein, ich hab vorbeigeflogen. Ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Ah, er war irgendwie gut abgewehrt. Oh, Helmut. Schmack, Schmack. Oh, der kommt gut. Oh, der kommt gut. Yes. Sehr geil. Ah, ich hab nur ne Vorlage bekommen. Ah. Ah. Was hast du aus deinem? Sehr gut, ey. Der Helmut Schmack, er kriegt's nicht hin. Der Helmut Schmack, ey? Ah ja, Helmut Schmack, ey. Geh drauf. Jo. Oh. 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 Wer ab, wer ab, wer? Holst du dir den? Wer? Hier ist vorne. Oh, scheiße. Damit hätt ich nicht gerechnet. Oh, fuck, ey. Scheiße. Boah. Krass. Ich wollte ihn grad annehmen, aber der hat ihn richtig krass erwischt, ey. Nein. Ah, wir. Sehr gut. Einfach nach vorne die Scheiße. Oh nein. Oh, kein Boost. Ah. Nein, den hätt ich besser gehabt. Macht nix. Der kommt kurz gut, glaub ich. Nein. Ah, der hat mich weggefischt, ey. Nein, dahinten. Komm, wir führen. Wir müssen ein bisschen, äh, der Defens macht. Oh nein. Hab ihn. Erwischt. Nein. Ey, warte. Ah, hab ich ihn richtig getroffen? Ah, 1, 2, 3. Aber, bisschen mehr nach hinten arbeiten, ey. Ja, so ne 2-1-Führung ist nicht alles. Ja, sei denn. Die bringt uns gar nix. Ein Billowangriff. Bleibt mal einer von euch mehr in der Mitte. Nein, nein, ey. Oh, wie traurig. Traurig. Oh, der kommt mal. Ach, schade. Kein Boost, ey. Nein, ich bin da nehm ich. Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Ich geh nach vorne. Einer hinten bleibt. Einer muss weg. Bleib hin. Ah, fuck. Ich hab ihn fast, hätt ich ihn noch reingekriegt, ey. Okay, ich fahr nach hinten. Ich geh nach hinten. Ich geh hinten. Ja. Nein, der hat mir vor der Nase geklost. Okay. Ich hab ihn weggehalten. Na, bleib mal ein bisschen mehr im Mittelfeld, Manu. Ja. Machst den Düser da mal ein bisschen vor. Hab ihn nach vorne geplatzt. Oh, komm zurück. Oh, 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 oh. Kommt richtig gefährlich. Ey, der geht rein. Oh. Das ist ein echt gutes Ding, echt gutes Ding, ey. Richtig gut. Halt, ey. Nein, ich hab ihn nicht getroffen. Mach ihn rein. Ah, nein. War schade. Nein, ey. Ich bin einfach nur drauf gefahren mit Boost, weil ich nicht dachte. Ah, ha, 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 ha. Ah, scheiße. Ich hab mich unreliable. Ah, scheiße. Oh, oh, oh. Der klotzt dem fast rein. Nein. Düse. Nein. Düse. Ich und Abwehr. Scheiße, ey. Die haben halt echt scheiße getroffen. Ich hätte springen müssen. Ich verpeil's gerade so krass mit dem Timing. Ich auch, ey. Ich muss mich erst noch an den Scheiß-Controller gehören. Ja, ne, weil ich's jetzt auch ne Woche nicht gezockt hab. Oh, keine Hochdust. Jawoll, jawoll! Geil. Abwehrfail, Hochzähne. Guck, alle gehen zu Turbohlen, Jego. Der war abgang. Das war echt ein Fail von denen, ey. Wie dumm. Du musst gehen. Du musst drauf. Oh, schade. Er ist daneben gesprungen, hätte ich das gewusst. Oh, da hat der Winkel nicht gestürmt. Oh, schön. Oh, schade. Bin, halt mal. Nein! Oh, ich drüber, krass. Oh, nein, nein. Krass, ey. Ich wollte grad drauf gehen, weil ich seh, wie er angerollt kommt. Und dann Dotz dann über mich drüber. Guck. Watz. Oh, er war halt ab. Ja, ja, ja. Hab ihn noch gekillt, ey. Jeiße. Du so, geh drauf. Oh, der bringt den wieder zurück. Achtung. Oh, ich bin zu weit vorne. Tschüss. Los, der kommt rein. Nein! Nochmal, bring ihn rein, bring ihn rein. Ja. Nein, nein, nein. Oh, schade. Der wird erwiesen, ey. Okay, ich geh drauf. Ja. Ah, eh, eh. Oh, je. Da, ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, der kommt gefährlich. Nein, nein, nein. Beide gegen die Latte, ey. Nein, ich hab dich auch noch. Keiner ist sicher hinten ab. Oh, im G, ey. Keiner hinten auf sich haben. Nein. Kein Turbo. Nein. Achtung, Achtung, Jonas. Ja, schön. Ich bin grad, ich bin hinter dem, ey. Rehen vor, schön. Boah, der hat verkackt. Nein! Jawoll! Drinnen. Geil. Ja, der hat's verkackt, ey. Ja. Der Low-Bob. Genatzt. Genatzt. Ein Bob namens Low. Jonas, der Goalgetter hier. Aha. Dribble, oder was? Dribble. Klar, aber unter Dribble geht nix bei dir. Elmut Schmacker sieht auch gar nicht zu leer aus. Ich genauso wie ich. Aber ich hab wenigstens ne Vorlage gemacht. Hehe. Yung. Ich brauche hier.